Hey Kinder, was geht bei euch ab, Junge? Willkommen zu unserem Battle. Walden und ich battlen uns hier bei CSGO. Das ganze Battle wird wie folgt aussehen. Es wird eine Bestrafung geben. Also auf jeden Fall, die Szenen gucken, es wird richtig lustig. Werden wir einblenden und ja, um welche Bestrafung es sich genau handelt, können wir eigentlich direkt sagen, oder? Wir werden ein Stück Seife essen müssen. Da gehen wir schön ins Badezimmer und der Verlierer wird ein Stück Seife essen. Also hier, wir spielen gerade den Spielmodus Gun Game. Also der Dumpabler ist hier der Counter-Strike-Mensch. Also auf seinem Kanal und so gibt es Counter-Strike-Content und so weiter und ja, für meine Abonnenten. Das Video gibt es auch an beiden Seiten. Genau und für meine Abonnenten, bei ihm gibt es Kotz-Commentaries mit unseren fetten Themen. Schaut bei ihm vorbei, Link ist in der Description. Es geht jetzt einfach darum, hier weiter vorne zu sein wie der andere. Dann gibt es das gleiche nochmal in Kurt, irgendwas in Call of Duty. Also wir spielen quasi in beiden Bereichen. Oh scheiße, ich muss gerade mit der MP-11 oder was das für eine Waffe ist, triggern. Ich muss mit der AK jetzt hier rumpimmeln. YouTuber Arun Wilkie hat mich gerade gekriegt. Ich war auf jeden Fall bei ihm vorbei. Nicht? Oh shit, da habe ich jetzt gute Headshots verteilt. That's nice, man. Von hinten pumst du mich einfach weg wie so ein... Ich sehe schon, das wird wieder ultra knappe Geschichte. Verdammt nochmal, ich will keine Seife schmerzen. Nein. Müssen wir die eigentlich komplett auffuttern oder reicht so ein beherzter Biss? Nee, so ein herzhafter Biss reicht vollkommen aus. Sehr schön, sehr schön. Aber trotzdem will ich es nicht machen, deswegen werde ich... Oh mein Gott, du bist schon ein Zweiter. Nein, nein, den hätte ich haben müssen, wenn er die haben müssen. Oh mein Gott, ich war gerade... Oh mein Gott, 128 verliebt. Oh fuck. Du musst jetzt sehen, was ich gerade mache. Ich bin 1000 Kilometer weit weg und versuche mit der Farmkamp reinzukriegen. Weißt du, für so eine Situation braucht man eigentlich eine Sniper. Wie wir es auch gerade machen, ne? Oh nein, oh nein. Ich habe gerade gewusst, weil ich bin in der Selbstfindungsphase. Ich weiß nicht, weil ich bin. Ich weiß nicht, wohin ich gehöre. Soll ich vielleicht Kauner-Strike lieber hochladen? Ich weiß nicht, ich gehöre auf YouTube. Ich muss irgendwie in einem Form mit schleichen. Okay, okay. Ich habe gewusst. Oh Gott, fast gemessert. Scheiße, Mann. Hätte ich jetzt die Pumpgun gehabt? Nein, dann hätte ich... Scheiße, Mann. Ich glaube, jetzt überholst du mich. Hardcore, Mann. Ja, High-Kills, Scheiße, beziehungsweise Stufen. Es geht, es geht. Es geht. Ich habe gerade die Hyper-Biste, mit der bin ich echt immer... Also, da wäre ich jetzt immer hart. Oh. Vollverkackt. Junge, oh fuck, wie habe ich... Wer schießt denn da? Ja. Was? Jetzt kommt noch eine Pumpgun? Oh Gott. Sag, Mann, ich habe keinen Bock auf Scheiße. Ich habe keinen Bock auf Scheiße. Nein, die Spielt werden nicht gestealt. Warte, ich komme jetzt hier eine. Okay, okay. Ich habe... Gerade immer habe ich aber auch recht einen krassen Run gehabt. Aber jetzt bin ich nackt von hinten. Nein. Nein, ich habe daneben. Ich bin jetzt erst bei der Prahre, ne? Ich muss jetzt bitte in den Spawn reinlaufen. Alter, das ist wieder wie bei Black Ops. Genau, Leute, wir haben uns schon mal gebetalt. Guckt euch das bitte mal an. Oh, unten ist es verlinkt. Ja, genau, das war ultra nice. Kann ich wirklich nur jeden mal ein Herz legen, damit... Da haben wir uns nice gebattelt. Vor allem hat es gar nicht ausreichend viele Klicks bekommen, die es eigentlich verdient hat. Würde ich jetzt versuchen. Ja, fand ich schon. Das war schon ein sehr aufwendiges Video, muss man sagen, weil wir beide Facecams nicht eingebaut haben. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut es auf jeden Fall mal rein. Ich muss jetzt ein bisschen sweatten. Nein, das war mein Kill. Das war mein Kill. Ich habe einen Hack nicht mehr mitgegeben. Ich darf ihn mir nicht geglaubt. Jawohl. Okay, ja, ich muss gerade noch die Doubles machen. Ich glaube, danach kommt Knife. Alter, geredel. Zieh, zieh an. Auf welcher Seite sind die Terrors? Die Seite, ne? Auf der anderen, auf der anderen. Wenn ich in der Mitte der Map bin, flicke ich es auch nicht. Alter, ich muss doch schützen, das ist so knapp. Oh mein Gott. Mein Kill hat Knife. Oh mein Gott. Ich habe auch gleich Knife, glaube ich. Alter, geh weg mit einem Knife. Scheiße, wir haben mich geflickt. Weißt du, wenn mich jetzt einer Knife, falle ich wieder ins Zimmer. Nein, nein, sterbe jetzt. Jetzt habe ich verloren. Ich hätte jetzt gerade nicht sterben dürfen. Definitiv nicht, Alter. Shade. Bin Shady. Mein Slam Baby. Oh, oh, oh. Nein. Hey, du hast zehn. Ich hätte es ein bisschen knapper sein können. Ich habe mit den Duels einfach nichts hingekriegt. Okay, auf jeden Fall, Counter-Strike hast du gewonnen. Ich muss mal kurz in die Dinge reingucken. Für nur 20 kills. Das ist schon auf jeden Fall richtig heftig. Teil zwei unseres Battles. Diesmal Call of Duty, Black Ops 2 auf PC. Die Lobby sind richtig broken, richtig hardcore. Aber ja, Killer, sag doch erst mal was. Ja, well, hello. Zweite Runde, zweites Glück. Wer hier, je nachdem, wer hier gewinnt, das könnte schon die Seifenfutterung entscheiden. Die Dinger sind broken, ihr habt schon gehört. Also wir werden viel verrecken, aber dabei lachen. Okay, läuft. Aber ist ja scheißegal. Du hast schon zwei Kills mehr als ich. Oh mein Gott, das ist so cranky. Ich werde sowas von untergehen. Das sehst. Nein. Fett und Fettarsch killt mich einfach direkt. MP7 geschalldämpft. Ich glaube schon, wenn Black Ops 3 draußen ist. Dann werde ich auf der PS4 bisschen zocken. Und dann irgendwann hole ich es mal auf die Xbox. Sobald du es für die Xbox hast, bin ich mit am Start. Ich bin auch gespannt wie der Zombie-Modus ist. Ich hätte auch mal wieder Bock auf den richtig guten Zombie-Modus. Bei Ghost war der ja richtig ultrascheiße. Mit diesen komischen Aliens und so. Okay, okay. Let's sweat a little bit. I'm gonna sweat in my Anus. Ich habe so eine scheiß Teller-Mini, aber ich benutze sie irgendwie gar nicht. Warum mache ich das eigentlich? Ich muss sie eigentlich noch mal wieder mal irgendwo platzieren. Oh Gott sei Dank, die Teller-Mini hingelegt. Oh, noch einer. Und hier ist direkt einer reingelaufen. Nice. Hast du auch irgendwas dabei? Eine Granate oder sowas? Äh, Granate und Flash. Na stimmt, du bist immer der, der diese zwei Sachen wirft. Ich bin immer der Penner. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Unterschied. Nein, die bewegen sich so komisch. Nein, das darf nicht wahr sein, man. Achtung, Hellstorm kommt von mir. Oh ja. Direkt in deinem Arsch. Alles klar, so klar. Hör mal mir auf. Haben wir schön gefressen. Die haben wir abgefangen für unsere Nades. Oh, der, der, der erkennt so richtig beim Krankenwagen hinten. Ah, du bist hier auf der anderen Seite. Ja, ich habe einen mit der Nade vor dem richtig schön wieder weggezaubert. Nein, 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 nein. Oh, wie die manchmal springen. Er ist mir einfach in den Schuss gesprungen. Mein Glück. Nein, nein. Alter, ich bin gerade so lucky unterwegs. Das ist unglaublich. Ja, ich bin gerade so unlucky unterwegs, Mann. Das ist nicht gerade hart drauf. Ja, da ist mein Lack wieder dahin. Er legt sich hin auf ultra long range. Und dann kommt direkt dann einer ums Eck gelaufen. Ah, ich habe gerade so ein hartes Pech. Also ein ultra hartes Pech. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Aber ich wollte nur sagen, dass wir weitere, wir werden weitere Matches machen. Und da werden auch andere Spiele noch drin vorkommen. Ich kann euch viel an. Aber eins kann man ja schon mal sagen. Oh mein Gott, Random-Made-Kill. Eins kann man ja schon mal sagen. Und zwar hier. Die Chance, bei manchen Sachen mitzuwirken. Also ihr könnt sagen, zum Beispiel, wie viele Kills wir haben sollen. Was, wie oft, wie lange wir überleben sollen. Bei Wellen, Spielen. Solche Geschichten. Und die dürfen vielleicht auch mal eine Bestrafung rausnehmen. Nein, das darf nicht wahr sein. Ohne Scheiß. Echt? Was? Wir haben einen Stealth-Jobber? Böööö. Also noch so ein Q oder so. Nein, Stealth-Jobber, warmstmensch zu Tode. Ich muss jetzt auch in irgendein Haus und mich verkampen. Alter, ich habe gerade so ein Feuergefecht gehabt, wie so ein Bock. Ist er schon weg? Ich habe jetzt... Oh, 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 oh. Hier wurde ich gerade gekillt. Pass auf, wer ist immer so ein Pisser. Nein, Stealth-Jobber schießt mich ab. Oh Gott, aber, aber. Ich bin gleich wieder zurück. Shit, ich stehe jetzt ein bisschen wild. Oh, 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 oh. Fuck, okay. Oder treuendpill. Tage mal, man ist ein bisschen schtinklig weg. Ich glaube, die Runde hast du wieder gewonnen, oder? Ja, man, zwei Kills. Oh, mein Kills. Das war so eklig. Die ganze Zeit nicht draufgekommen. Aber diese Lobby war so widerlich und die Leute haben so ekelhaft. Okay, also auf jeden Fall, dann würde ich sagen, muss ich die Seife essen. Das wird dann jetzt direkt im Anschluss folgen. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt essen werde. Ich werde es dann einfach zusammenschneiden auf jeden Fall. So, klar. Okay, ich gehe mal hier direkt raus. Achso, ja, genau. Und sehr gut. Okay, dann gebe ich dir auf jeden Fall ein Schlusswort. Vielen Dank. Also ich, das war wieder wie immer eine knappe Runde. Ich glaube, vorhin bei Counter-Strike waren es auch zwei Kills Unterschiede oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Eklig. Wir sind die haarigen Könige. Und vielen Dank fürs Zuschauen, abonnieren und favorisieren. Sonst passiert irgendwas ganz Stragisches. Ich muss ein bisschen Seife essen. Ich war vorhin im Supermarkt und habe da ein bisschen was besorgt mit Olivenextrakt sogar. Also hier habe ich auf jeden Fall mal einen ordentlichen Geschmack, würde ich mal sagen. Ich packe das Ganze jetzt mal aus und werde mir jetzt gleich ein gutes Stück gönnen. Ich habe hier schon Mülleimer alles, falls ich kotze. Aber das Problem ist, der Mülleimer hat seitlich welche drin. Das heißt, es wird direkt auf meinem Holzfußboden fallen. Gut, beiß ich nochmal dieses Eckchen ab. So, ich gehe mal die Zähne putzen. Das hängt immer noch in den Zähnen überall drin. Bewertung und Quotieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.